Hallo zusammen, hier ist Christian von Beachinspektor. Ich bin hier am Playa de San Marcos im Nordwesten von Teneriffa. Dies ist einer der wenigen Sandstrände hier im Norden. Es beherrschen dementsprechend gute Badebedingungen. Der Wellengang ist recht gering. Man kommt gut ins Wasser rein. Die Blütezeit des Strandes ist schon vorbei. Früher war es hier erheblich touristischer. Nichtsdestotrotz kann man hier immer noch toll baden, kann einen tollen Tag am Strand verbringen und es gibt auch leckere Fischrestaurants, wo man ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis vorfindet. Dementsprechend können wir diesen Strand tatsächlich euch wirklich wärmstens ans Herz legen.